Ich muss es ein bisschen in der Luft halten, Ian. Ja, aber dann bist du ja noch höher. Aber der Anlauf ist halt immer so. Sonst machen wir sie upside down. Sollen wir sie upside down machen? Aber was bringt mir das? Dass hier nicht mehr das Stück vom Teller entfernt ist. Weißt du? Nicht so, sondern so. Aha. Ja. Stopp noch mal kurz. Okay, Achtung. Wir drehen jetzt. Hallo, Willi. Drei, zwei, eins. Ja. Ja. Oh, fuck. Entschuldigung. Oh, echt? Oh, scheiße. Es gibt der letzte. Und dann kommt der Flug. Okay. Wir bleiben dann in der. Ja, okay. Das ist cool. Oh, mein Gott. Das hat weh. Nee, es geht. Es geht weh. Das kann man nicht. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Gib dir vorher eine Ohrfeige. Du bist mir eine Ohrfeige vorher. Nee, gib du dir eine Ohrfeige. Okay. So, einmal ruhig, ruhig, bitte. Nochmal. Oh. Ja, gut. Oh. 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 Total spät. Jetzt hab ich ihn getroffen, Alter. Jetzt hab ich ihn getroffen. Aber wirklich, ey. Aber das meine ich, ey. Vielleicht nehmen wir das und machen das in den Umständen. Nee, kommt, Leute. Kommt. Schlag mich. Wie? Schlag mich richtig. Ey, du bist doch ein Masochist. Also du schlägst mich. Du schlägst mich. Ich schlägst mich wirklich. Du musst umfallen, wenn ich so mache. Die Luftattacken hast du, ne? Ja, ja. Ich hab diesem Auto geschmackt. Ja, gut. Okay. Ich dachte, wir fighten richtig. Ja, wie soll das denn gehen? Der hat richtig geschlagen. Ja, bis zu welchem Zeitpunkt? Die ganze Zeit. Ich kann dich nicht wirklich hauen. Wenn ich dich wirklich hau, gehst du K.O. Hier! Danke, He-Man! He-Volemi, du war Laser! Unnötig! Laser! schwär! denken im wieder rounded number. In teluyenburg! Taentse. Du bist legich. Du bist dein Linien. Onze jño lωste. knows... ... ... ... einfach so.